Hallo Civilization Fans! Willkommen zurück zu Thomas Spiele Civilization 6 mit Brasilien. Wir haben unseren Rückenkopf in der letzten Folge etwas vergrößert. Wir haben den Schnellkampf und die schnelle Bewegung eingestellt. Es ist ein bisschen zügiger Gegner, sich nicht mehr ganz gezielt. Das gefällt mir sehr, das werde ich wahrscheinlich auch so beibehalten. Oh, hier kommen die Deutschen, die sich immer mit ihrer mechanisierten Infanterie die Zähne ausbeißt. So weit, so gut. Der User wird ich wirklich nicht überhaupt nichts. Und ich wüsste auch nicht, was du informieren möchtest. Das dürfte gut gehen hier. Mal schauen. Eines Tages wird es keine Grenzen mehr geben. Ja, ja, das ist gut. Das war ein Rückenkopf. So, alles richtigen Willen. Ich habe diese Panzerpläne hier vor. Ich komme hier auch hin. Boah, da geht es schon richtig ab. Genau, Panzerpläne hier. Oh, oh. Da können wir noch ein bisschen Nerven mithelfen. Das kann ich aber leider nicht tun. So. Das kann ich nicht tun. Das kann ich nicht tun. Weil, okay. Okay. Dichtwerfen. Dazu wäre in Ibn Nibben geändert. Longsea. Jo. Super. Spion. Ich kann mir auch noch was verdauen. Heißt. Washington. Ein Handelszentrum. Eins. Ja. Vier. Drei. Drei. Da hin. Kriegenkreuze von Agra. Bomber in Young Sea. Drei. Gut. Nächst runter. Der immer noch mit. Da hin. Wirklich blende. Ich weiß. Da hat aber keinen Krieg mit Elben. Ups. Was? Wie gibt der? Cleo. Muckst du rum? Was machen wir damit? So. Was ist denn? Ich weiß mal, wie können wir das machen? Jetzt. Ha? Wann nicht. Messer. Forderung stellen. Das ist klar. Die Qualität zieht sich gerade. Ich würde vernichtet werden. Die Zukunft scheint weit. Das ist klar. Ähm. Alles klar. Das ist sie für... ...und zerstörerische Lager. Entschuldigung. Ähm. Wir brauchen... ...und... 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 ...und dann... ...und der... Das ist schon eines vor, dass wir dann hier auch Platz haben. Ah, hier gibt es noch weiteres, die tun. Jetzt springt es aber ganz schön rum, das ist doch recht anstrengend. Das Spiel wird jetzt sehr, sehr nervös. Hier können wir noch was machen. Tschüss. Und tschüss. So, Kyoto immer noch. Schlecht? Jo, mehr oder weniger. Wo kommt das eigentlich her? Durch Kriegsmüdigkeit. Jo, die sind kriegsmüde. Hallo Bento. Kannst du nicht mehr rudeln? Oh, von Breslau. So, das war es dann. Mehr können wir nicht machen. Machen. Ah, jetzt war die Züge aufgerüstet. Da war schon vorbei. Ja, mit der Züge. Ist in Ordnung. Ja, mit der Züge aufgerüstet. Ja, mit der Züge. Ja, mit der Züge. Ja, mit der Züge. Ja, mit der Züge. Ja, mit der Züge zu kriegen. Hier ist noch eine Stadtstadt dazwischen. Wie ich sehe. Was? Zerstörerarmada. Wird man gesteckt? Franz. Was? Äh, meh. Immer dieses hin und her gespringen. Nicht mehr. Ah, verrückt im Kopf. Wird ja gerne das Verbahnlager mal ausnehmen. Aber. Geht ja nicht. Passt ja. Mal wieder ein paar Gesandte da hinschicken. Gibt es gleich wieder welche. Nehmt. Jetzt wisst doch, dass das alles passiert. Ja, cool. Rio de Janeiro. Also, wir müssen nicht Kriegswetter. Wir brauchen das auch immer noch. So, jetzt geht es hier weiter. Gen 9 1. Ne, doch nicht, oder wie? Das ist so furchtbar. Anti-Luft-Einhalten. Produktion sei darüber hier. Wohnviertel brauchen wir noch nicht. Ich brauche das eher was zu essen. Wenn ich das sehe, ne. Handwerk haben. Dann ist wieder dieser schöne Sound-Bug. Irgendwann. War zwar diesen Klang. Aber irgendwann geht es einfach tierisch. Ach, was sag. Donato. Meine Herren. Du hast schon was gemacht. Teben. Baut mir die Sender-Zank rum. Baut mir die Sender-Zank rum. Ich weiß nicht, was es denn zu arbeiten geben soll. Ähm. Theaterplatz. Jetzt. Ja, hier wird mir jetzt so viel vorbei. Entschuldigung. Nächster Runde. Händen würde. Akaten-Kreuzer. Wo bist du eigentlich? Achso. Entspann dich. Wo bist du jetzt also hier? Ich bin einfach nicht erreicht. Das ist so schlimm. Das ist ja blöd. Das ist echt blöd. Und wenn denn. Ja. Dau, dau, dau. Na ja, rüber. Ich schaffe mir Jakarta als Suzerain zu gewinnen. Oder Suzerain. Äh. Ich habe einen guten MC-Hapen gebaut. Und das bald auch noch abschieben. Das Ende zum nächsten. Einheit springt. Nope. Achso. Handwerker. Du. Moment. Du. Okay. Okay. Was ist denn jetzt plötzlich so eine Truffsicht hier? Ich weiß es nicht. Ich hab mir eine kleine Leerlaufen ab. Ich hab da schon mal erfahren. Du. 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 entspannst du dich. So, jetzt ist Jenei dran. Warum nicht schon in der letzten Folge? Ich habe keine Ahnung. Das war jetzt wirklich nur noch viel. Achso, ist schon weg. Komm ein, ja. So schnell ist das schon. Nein. Okay. Du machst immer Platz hier. Achso. Agra schießen. Stadt behalten. Natürlich behalten wir diese Stadt. Oh, Diamanten. Petra. Sehr schön. Ist hier plötzlich alles los. Hier oben ist auch noch Indien. Viel Indien ist hier. Stockholm haben wir entdeckt. Coole Sache. Coole Sache. Wir brauchen jetzt noch Delhi. Coole Sache. Hier muss man fast stehen bleiben, ne? Ein bisschen Produktion. Ein bisschen Marieren wieder. Achja. Geldkreuzung. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Meine blöde Gefühle. Ach, der ist jetzt schon hier oben. Okay. Wo ist denn Aachen? Hier ist Köln. Das müsste hier wahrscheinlich Aachen irgendwo sein, oder? Das müssen wir jetzt natürlich nur erkunden. Wo Aachen ist. Ist jetzt wieder seinen Platz hier belegt, ne? Nein. Das macht es halt auch immer kompliziert. So. Wir haben uns wieder alle denunziert. Und dann wurden die Deutschen. Schöpfen wir hier immer ein paar Mittel ab. Wir können hier wenigstens Spion bauen. Also. Das müssen wir hier mal gegen Spionieren können. Zählen doch mal 1500 Gold. Ich meine nur so ein Teil runter. Das ist wieder da. Muss ja nicht sein, ne? Händler. Komm, säubert aber hier nach. So. Nochmal. Du baust einen Schuh. Hier. Du bingen. Du gein. Du gein. Du gein. Wie sonst nichts. Stille. Dilly. Schunzen. Einen. Oh, Gott. Oh Gott, ich kriege nie mehr... Bauen... Angriff Deli... Angriff Deli... Angriff... Huffahrerung... Huffahrerung... Verlust Modellen, natürlich reparieren... Okay... Jetzt sieht man, ich komme leider nicht näher ran... Aber hier muss man in der Stadt sein... Hier ist ein Schrank... Gerade da... Gerade da... Panzer ist nicht da... Jakarta... Schön... Kriegerklären bringt nichts... Doch... Kriegerklären... Krieger in der Karte... Da kann ich nicht durchfahren... Ja ja... Ich will da nur durchfahren... Mensch... Noch eine Sekunde... Ah... Hm... Ich kann nicht fahren, sogar durch eine Lagerbomber... Okay... Das ist in Ordnung... Jaguar... Verwirrt... Vor lauter... Verwirrt... Verwirrter... Hm... Dann müssen wir da leider 10 klicken bleiben... Also ist es halt... Das ist... Oh, I'm up now, good. Ich möchte abschütten, was der Klamm ist. Du machst den Wald weg. So geht es mal sehen. Und was? Noch einer. Ich werde gleich eine Jakarta holen. Das bringt mir überhaupt nichts. Wenn ich schon mal im Krieg mit ihm bin, wenn ich ihn schon angezettelt habe, kann ich nicht nutzen. Da ist Laventa, da ist Köln. Kugel-Tieber baut... Bauen die denn? Ein Teaterplatz. Und zwar... Gute Frage, nächste Frage. Sind die hier noch Post? Und hier habe ich wieder nicht. Händler. Händler. Zieren. Wohnviertel. Händler. Reparieren. Sorry. Im Engel ist das mittlerweile viel. Immer noch nicht einer. Händler. Ah, der ist wieder da. Der könnte jetzt genau hier durch. Hier ist der Karte. So ist gut. Wo ist der? Moment. Das ist eine Stadt. Gut. Perfekt. Fangen genommen. Hier kann befördert werden. Nur denn. So. Dann nehmen wir jetzt noch Deli ein. Und dann ist diese Folge für beendet. Erkläre ich diese Folge für überendet. Das sollte jetzt nicht mehr allzu lange dauern. Solange wir natürlich mit einem Panzer ankommen. Ja, passt. Ähm. Du. Alles. Du kannst befördert werden. Du nicht. Alles. Du bist befördert. Noch und, noch immer. Landeinhalte. Und Deli ist mein. Super. Und hier brauchen wir mal einen Bauernhof. Hier hinten geht es weiter mit. Was haben wir hier? Klappen. Lassen wir die auch noch platt. Du bleibst stehen. Statt behalten. Du brauchst mehr Sichtweite. Kannst du wahrscheinlich stehen bleiben. Jetzt müssen wir hier hin. Baut eine Brick. Deni repariert natürlich alles. Das sieht doch hier richtig schön aus. Ach, hier ist auch noch eine Stadt. Und Stockern sind mittendrin. Also, Agra. Auch mal noch. Mal hier einstellen. Partner. Und dann passt das. Denken ich. Ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen oder ein Abo. Auf einen freundlichen Kommentar würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Euer Thomas. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.